Steuert die Welt auf dunkle Jahrhunderte zu, China auf dem Weg zur Weltherrschaft, die USA schwach, Freie Demokraten überall im Rückzug und einer fundamentalistischen Religion auf dem Vormarsch. Es wird alles nicht so heiß gekocht, wie es gegessen wird. Wenn Sie glauben, die USA seien schwach, können Sie sich einfach Peter Seyen anhören. Der hat vielleicht völlig Unrecht, aber wer pro-westlich denkt und pessimistisch ist, der schaut sich Peter Seyen an. Denn laut dem haben die USA keine andere Chance, als erfolgreich zu sein. Keine natürlichen Feinde. Ich fasse es mal kurz zusammen. Ein Riesen-Ozean links, ein Riesen-Ozean rechts, einen schwachen Freund im Norden, einen schwachen Freund im Süden. Das 50% aller Binnenschifffahrtswege in dem einen Land, was den billigsten Transport von Gütern überhaupt ermöglicht. Eine praktische Autarkie bei den allermeisten Rohstoffen. Denn die USA, wenn sie was importieren, ist es sehr häufig, dass sie es nur importieren, weil sie zu Hause aus umweltschutzrechtlichen Gründen es nicht abbauen. Sie haben bei fast allen Rohstoffen weitgehend Autokratie. Sie können sich selbst ernähren und haben, was die westlichen Staaten angeht, noch eine der gesündesten Demografien. Also die USA sind noch lange nicht auf dem absteigenden Ast. Sie sind auf dem verhältnismäßig absteigenden Ast. Die USA heute sind nicht mehr die USA, die sie 1999 waren, was das Mächte-Verhältnis angeht. Völlig klar. Aber die USA sind nicht im Zusammenbruch begriffen. Also das zumindest Freie Demokraten überall auf dem Rückzug, würde man nicht sagen. Ich meine, wenn wir uns anschauen, was es in Lateinamerika an Tendenzen gibt, da gibt es durchaus positive Entwicklungen. Da gibt es auch negative. Es ist nicht alles so schlimm, wie es wirkt. Was schlimm ist, ist, dass die Phase des gefühlten globalen Friedens mir scheint, als ob sie sich dem Ende genährt hat. Das heißt, wir werden wieder militärische Konflikte größeren Stils erleben. Sehen wir ja bereits in Europa. Wir hätten vor zehn Jahren gedacht. Wir hätten ernsthaft erwartet. Ich meine, ich habe vor zehn Jahren Artikel geschrieben, warum die russische Invasion so zu abzulehnen sei und zu bekämpfen sei. Und ich habe geschrieben, dass dies die Kriegsgefahr droht. Das war aber trotz allem ein theoretisches Konstrukt. Mir auszumalen, dass wir zweieinhalb Jahre lang Krieg in Europa haben könnten mit einer halben Million Opfern, mit Videos, mit diesen furchtbaren Videos und so weiter, hätte ich mir im Detail so kaum vorstellen mögen. Ich habe davor gewarnt, ja, aber es ist ein Unterschied, das theoretisch durchzusprechen und so weiter. Also da wird, wir leben definitiv in einer Phase der Welt, die unsicherer wird, die mehr Konflikte bedeuten wird, die mehr Krieg erwarten lässt. Das ist leider die harte Realität. Aber letztendlich das Beste, was man hilft, ist einfach einen Fuß vor den anderen setzen. Und für sich selber versuchen, daraus die richtigen Konsequenzen zu ziehen. Denn das ist am Ende das, was man tun kann. Man kann sich für sich und seine Familie als erstes auch mal kümmern. Und ansonsten kann man natürlich versuchen, sich politisch oder publizistisch zu engagieren. Aber ja, sind wir schon wieder irgendwie bei einem Thema ein bisschen abgerundet. Also steuert die Welt auf dunkle Jahrhunderte zu. Ich glaube, das 20. Jahrhundert war dunkel genug. Wenn wir den Demozidforscher Rudolf Rummel glauben, der vor ein paar Jahren verstorben ist, der hat im 20. Jahrhundert, glaube ich, über 200 Millionen Menschen gezählt, die von ihrer Regierung ermordet wurden. Inklusive Kriegen. Ich meine, theoretisch gesehen ist ein Gebiet, das man erobert hat, in dem man Massaker begeht. Ja, ist man ja die lokale Regierung. So muss das verstanden werden. Im 20. Jahrhundert sind über 200 Millionen Menschen ermordet worden durch Regierungen. Also da zählen alle großen Diktaturen dazu, aber auch alle Kriege. Denn es sind ja Kriege, die töten. Gerade töten ja de facto die Regierungen. Die Soldaten gehen ja nicht hin, weil sie einen Nachbarn haben, mit dem sie ein Problem haben. Das ist ja nicht so, dass man einen persönlichen Zwist löst, indem man auf einen schießt, im anderen Schützengeraden. Das ist durch die Regierungen ausgelöst. Und aus dieser Hinsicht 200 Millionen Tote in einem Jahrhundert. Ich hoffe doch mal sehr, dass wir es in diesem Jahrhundert nicht im Ansatz zu dieser Größenordnung bringen werden. Auch wenn es wahrscheinlich wir wieder in eine Phase kommen werden, in dem mehr Kriege sind. Aber da ist Spekulation dabei. Ich würde nur sagen, nicht den Kopf hängen lassen. Versuchen an sich, sich selber auf Dinge vorzubereiten und optimistisch bleiben. Und für sich selber zu schauen, den Weg zu finden, in diesen Situationen eine gute Entwicklung für sich selber heraus zu erreichen. Schwer, leichter gesagt als getan. Aber Pessimismus alleine hilft auch nichts. Und das kann natürlich auch sein, dass man sich selber engagiert, dass man in irgendeine Reserveeinheit eintritt. Denn jeder Soldat, der in deutschen Reserveeinheiten ist, erhöht die militärische Schlagkraft Deutschlands. Und die militärische Schlagkraft Deutschlands sorgt dafür, dass die Abschreckung der NATO steigt. Und eine gestiegene Abschreckung der NATO sorgt dafür, dass ein Krieg unwahrscheinlicher wird. Wie ich es Ihnen vorher mit China gesagt habe. Warum Deutschland sich gegen China engagieren soll. Weil wir wollen nicht China besiegen. Wir wollen, dass es gar nicht notwendig wird, China zu besiegen. Weil China sagt, okay, Krieg hat keinen Sinn. Und da zum Beispiel kann jeder von uns mitwirken. Dafür zu werben, zu agieren etc. Das Krieg, dass es zu Krieg gar nicht kommt. In dem der alte lateinische Spruch, Sivis partim parabellum, eben angewendet wird. Naja, wenn Ihnen das Video gefallen hat, dann schauen Sie doch mal vorbei auf dem Hauptkanal, wo es ursprünglich erschienen ist. Militär und Geschichte mit Thorsten Heinrich. Den Link dazu finden Sie hier in der Beschreibung.